Dankeschön! Vielen Dank! Hallo und herzlich willkommen! Wie schon vor der Pause angekündigt, erwarte ich jetzt eine wahre Stimmungskanone. Freuen Sie sich mit mir auf den vielseitigen Musiker Werner Böhm. Es gibt ja bekanntlicherweise nur sehr wenig Menschen, die man morgens um sich haben mag. Mein zweiter Gast ist bei den Morgenmuffeln ganz besonders beliebt, denn seit einigen Jahren moderiert sie überaus erfolgreich auf Sat.1, das Frühstücksfernsehen. Freuen Sie sich mit mir auf Andrea Kiewel.